Musik 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 Wo bist du? Musik Öffne Zeig mir halt einfach wie die Dinger aussehen Ich kann das nicht merken Erste, zweite, dritte, nacheinander Musik Musik Ja, ist offen Perfekt Und rein mit dem Knopf Man sollte sich vielleicht auch mal umschauen, bevor man Was Was ist das? Was Das ist mein großes Teil Das ist großer Marker, oder was ist das? Ja Ne, ist kein Marker, ist was anderes Das ist die Maschine Das muss das Zentrum sein Achso, das ist Und das muss die Maschine sein Ja, dann mal an die Arbeit passen Ja An die Arbeit Versprechen sie mir bitte was Wenn ich auf der Strecke bleibe Bringen sie es zu Ende, ja Wir bringen es zu Ende, Carver Sie und ich Ja, aber Wenn ich nicht Ich hab uns hierher gebracht Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für Ich weiß auch nicht Alles schlechte, was ich getan habe Hören Sie auf damit, Carver Sie sind ein guter Mensch Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet Meine Familie ruiniert Isaac, ich habe Santos getötet Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut Wir machen nur nicht immer alles gut Ja Ja Hey Tut mir echt leid wegen Ehrlich Mir auch Mir auch Hier lang, schafft das Geröll zur Seite! Hey Da ist Danik Es ist auch nicht zu spät Jetzt gibt es kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex Ich sag doch, die freunden sich an Das ist immer so Er glaubte, als würde ich ihn zurücklassen Los mit dir, Hermann Äh, wo muss man hin? Da muss man hin Da oben gehen Da geht's nicht hin Okay, wir gehen da lang Hier lang? Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass es nicht runter geht Danik, Sie müssen damit aufhören Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Ja, weiß ich Ist seit zwei Episoden so, das ist nicht schlimm Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, Schätze Er ist lebendig, Danik Er ist hungrig, und er ist nicht allein Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten Woher wollen Sie wissen, was er machen werde? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik? Hören Sie mir zu? Ja, brauchen wir Danik? Hören Sie mich? Arschloch Oh So Ich würde da ja weggehen Doch Wie verspätet das Kamen ist Das war die Druckwelle, die hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich ausgebreitet hat auf die Entfernung Heise, Heise, Heise Schieß doch einfach Ich hätte schon einen langen Schuss auf den abgesetzt Boah Ganz langsam, da wartet er auf uns Max? Ja bitte Wir spielen das Spiel jetzt gerade so lange, dass man Headset lasen Sekunde Kein Thema Moment Ich muss eh gerade hier schauen Ah, da Ist eh ganz gut, dann steht er wenigstens nicht in der Explosion Jetzt Was Explosion? Die da, die gerade explodiert ist, die Explosion Da haben wir was Haltet ihn um jeden Preis auf Isaac! Er entkommt! Warten Sie! Ich habe einen Plan Ich hole doch nur ein Sprengding Zu schnell Wenn das jetzt in die Luft gegangen wäre, hätte ich dich gehauen Warum? Warum geht denn das direkt in die Luft? Warum geht denn das direkt in die Luft? Scheiße sind sie schwer Ach ja, wenigstens fallen wir zusammen runter Hattest du nicht gerade den Codex in der Hand? Nein, nein, du Halt einfach auf uns hier, Rick, dein ist viel kleiner als meiner Nein, aber du warst doch der, der runtergefallen ist, du hattest das Ding in der Hand Ja, hast du so meinst du Als wir dann unten waren, habe es ich eingesteckt Oh, hi So sehen die mutierten Aliens aus Komisch, dass die auch Medipacks droppen, ne? Dass die sowas auch gehabt haben Das sie sowas auch gehabt haben Was ist das, hast du das umgebracht? Oh Gott, neets schon wieder sowas. Was denn? Wo ist denn du? Dahinten bist du? Da bist du. Oh hi, das ist doch genau dein Ding hier, Mann. Hast du es echt geschafft? Ja. Bist du krank? Aber guck, selbst der gleiche Anzug sieht bei uns beiden noch unterschiedlich aus. Das sollte mir zwar eingeknitt sein, aber ja, ab jetzt sein wir da. Wow. Der sieht ja sehr freundlich aus, der Junge. Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn ich nur vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Erstmal versuchen, ob ich das Teil freilassen kann. Es sollte zwar da nicht sein, aber ja. auch. Scheiß drauf. Schwererlosigkeit, finde ich gut. Äh, wenn ihr da runter schockt, finde ich es nicht mehr so gut, gell? Oh. Ja, okay, vielleicht ist es doch nicht so toll. Boah. Wollen wir da bleiben, oder? Hauptsache gehen. Ich will jetzt schon wissen, was hier unten ist. Alter, warum bang den Leichen nimmst du so rum? Guck mal. Das war schon immer so. Das ist normal. Ist es tot? Oh oh. Oh ja, ist es tot. Ah, ist es nicht. Das erste, das obere ist tot. Das untere ist jetzt auch tot. Müsste es zumindest. Kann man hier irgendwie durch oder so, oder raus? Nee. Wir müssen ja schließlich erkunden, was hier ist. Das ist ja ein Kennspeaker, hier musst du überall gucken. War schon schlimm mit mir. Hier geht's rein. Ach je geht's. Ach mein, was ist ganz unten da? Das sind die Anti-Schwerkraftfelder. Alter, das ist dann sehr laut, wenn du da hoch gehst. Ja, deswegen gehe ich da nicht runter. Mir ist es so schon laut genug. Schwerelosigkeit deaktiviert. Los. Ja, weil hier ist... Wow. Hast du dich auch gerade so leicht erschrocken, wo du um die Ecke gegangen bist? Schwerelosigkeit deaktiviert. Oh Gott. Ähm. Noch weiter runter? Oh ne. lächelöst. So. Fallen sind weg. Oh ne. Textlock gefunden. Äh, erscheint wohl nicht wirklich irgendwas... Irgendwas krasses zu sein. Vielleicht ist das meine Halluzinationen auf den Bund zu gehen. Ich weiß es nicht, könnte natürlich sein oder? Wir kriegen irgendwelche guten Infos. Gut zu wissen. Fisch den Mord. Ich glaube, wir hätten in dem Spiel von Anfang an ein bisschen mehr Kunden sollten. Oben links ist nahe. Ja, es könnte gut sein, dass es noch mehr krasse Sachen gab, die wir nicht gesehen haben, weil wir einfach zu wenig geguckt haben. Wir können hier nochmal alles durchgehen. Wir können ja überall zurück, oder? Ja, aber ganz ehrlich... Also wir schon, aber aufnehmen... Nee. Genau, nochmal. Oooo Das sind aber bestimmt nicht die original Aliens, oder? Ach du Scheiße. Weißt du, was ich komisch finde? Was denn? Die haben doch vorher gesagt, die Marker wurden von den Aliens auch nur gefunden. Ja. Wer hat die denn gemacht? Wer hat die denn gemacht? Andere Aliens? Ich meine, irgendwer muss die ja gemacht haben. Komm ja nicht von alleine. Wo du recht hast, hast du recht. Recht? Oh. Oh. Der fiel zu langsam nach, diese Schrift. Noch jemand? Oder what? Okay. Ah. Was? okay medikit und munition wird langsam knapp ja munition ja medikit zu nein ein haufen loots findest du auch unten einfach einmal ja das hat schon auch irgendeinen sinn wir kommen schon irgendwo hin das ist auf jeden fall also ich will jetzt nicht sagen ich hoffe wir müssen dass uns nicht merken weil ich kann mir das nicht merken wir müssen aber wir werden dann zurück machst du nicht schau einfach die aufnahmen ja ich renne einfach kurz zurück ist dir wurscht oh was los geht bei dir hättest du auch lassen können das ist ein aliens wir lassen mir gerade auf den sack gehen aliens die 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 das das ist sicher das Alien packt fertig und hacken die scheiß Tür Herrmann ganz ehrlich ist da hinten wirklich was ja aber man kommt hier nicht mehr raus doch kommt man schon ist schon weg das war nur ein Artefakt wo ist er es ist ein Aliens und es ist tot ok daher kommen wir die scheiße da raus wir haben alle die Tür auf hier was ist das zack achso wow du warst so schnell ich habe auch für die Koordinierung heraus hat aber sicher zu nachden 30 mal fällen als auch mal was raus nicht gut kurz bei dieser u22 clip es wird dir immer schöner von die abgöpter antenne ja es ist auf jeden fall nicht schlechter haben wir doch gleich mal rein in die knäfte hier aber wie viel haben wir denn jetzt 26 wir müssen jetzt für die hau quest auch rein wir haben in anderen weg für die hauptkörse bis zu übersprungen oder sowas opfern letzten kriege opfern oh schau mal wer da ist es ist ja das ist ein unsterblicher das ist ein unsterblicher ganz ehrlich die sind hier so lang drin ich hoffe jetzt einfach mal die sind da sicher drin aber so wie ich dieses spiel kennt brechen die genau jetzt wo wir hier sind brechen die durch ziel erfüllt jetzt brechen die durch pass auf wir müssen weiter rund aber letzten kriege opfern sag ich dir heißt es oder max gott und ich habe keinen platz zum marken zu zweifel hat jetzt wirklich ich habe keinen platz moment man kann ich nicht mit der werkbank ich kann natürlich nicht mal zur werkbank zurückgehen kannst du nicht warum nicht weil die tür verregelt bleibt ab alles passt also ich mache mir ja noch mehr loot ich meine nicht dass ich mich jemals über loot beschwert hätte aber beschwören wir uns nicht mehr spielen das spiel ich glaube ich nochmal oder ja auf jeden fall und ich glaube nicht dass das von aliens erbaut ist ich schau mal bitte ich wusste es ich wusste es ich wusste es ich wusste dass die zu holen so jetzt kommt weiter scheiß auf den scheiß einfach auf ihn hol dir Stase ich bin voll wir waren nur stark zu backstab war also ganz ehrlich ich bin nicht böse gemein aber ich glaube die waffen unsere waffen sind echt noch zu schwach also zumindest gegen die elite sind nicht zu schwach ich gehe schon mal runter also ja hermann nur kein stress ich hab dir dann doch noch einen sterblichen ich hab da in der in der in der in der in der in der